Ines, wie empfindest du deine Rolle als Radiomacherin, Radiomoderatorin in diesem neuen Tunesien? Als Radiomacherin, Radiomoderatorin finde ich, dass Tunesien fortgeschrittener geworden ist, vor allem freier. Radiomoderatorin zu werden war schon immer mein Traum. Bei mir in der Sendung gibt es mehrere Themen mit Interviews mit verschiedenen Leuten. Es kann ein Musiker sein, der gerade im Festival ist. Hauptsache ist natürlich, der kann Deutsch sprechen und ist natürlich auch interessant. Trends sind jetzt im Sommer die Festivals. Es fängt an mit dem Festival von El Jem. Just Festival in Tabaka ist auch eine wunderschöne Stadt. Hamamed, Sus, Bizerta. Überall gibt es Festivals. Interessante Musiker gibt es, Shows gibt es auch, Magie für kleine und für große.